So, wie funktioniert das? Ich habe gesagt, dass wenn man Jesus Geschenk, Vergebung, Geschenk annimmt, kommt man in Gottes Familie. Man wird vergeben und man hat wieder diese Beziehung mit Gott. Und das stimmt. Gott ist unser himmlischer Vater und wir sind das Kind, die Kinder. Sorry, wie geht das genau? Eigentlich, es steht in Gottes Wort, dass er uns adoptiert. Ja, das stimmt. Babiö sind nicht geboren in der Familie, körperlich, aber doch geistlich. Und das heißt, dass wir seinen Namen haben. Und das heißt, dann sind wir in seiner Familie. Und meinen Sohn David haben wir adoptiert, als er auf der Welt kam. Wir waren sogar bei der Geburt und es war eine unvergessliche Zeit. Wir haben danach gesehen nachher noch einem Kind und der Herr hat das Geschenk. David ist unser Geschenk vom Gott. Und so hat David auch unseren Namen bekommen. Er gehört unserer Familie und er bleibt. Er hat Sicherheit. Und das haben wir auch. Wenn wir dieses Geschenk von Jesus, diese Vergebung annehmen, heißt es, dass wir in seiner Familie sind und wir sind sicher da. Er liebt uns und wir werden immer sein Kind sein. Und auch mit Adoption ist es sehr interessant in Österreich. Es gibt ein Erbegesetz. Und das habe ich erfahren. Mein Mann ist vor acht Jahren gestorben und ich habe gelernt, dass es ganz klare Vorschriften gibt, was das Kind bekommen soll. Minimal. Und natürlich kann mehr sein. Und das habe ich nie erlebt. Das ist anders in Kanada. Aber es ist auch so in Gottes Familie, dass wir Erben sind. Und mehr werde ich davon erzählen später. Aber ganz wichtig ist dieses Recht für immer und ewig in seiner Familie zu sein. Und noch was, als wir David adoptiert haben, hieß das, dass er zwei Geschwister hatte. Sofort. Christopher, sein großer Bruder und Jonathan, der war 4,5 Jahre älter. So sein älterer Bruder. Er hat Familie gehabt. Er hat Geschwister gehabt. Und so ist es auch für uns, weil wir alle Kinder Gottes sind. Und ich sehe meine meine Freikirche wie eine große Familie. Und ich freue mich am Sonntag, wenn ich aufstehe und ich darf meine meine große Familie sehen. Und wir treffen uns unter der Woche manchmal zum Bibelkreis oder einfach Kaffee oder was immer. Das kommt auch später. Ich sehe noch mehr davon. Aber wir haben Familie. Und das gilt auch für dich. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du auch eine große Familie. Und wir sollen da sein füreinander. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Frauen. Wir sind Prinzessinnen. Weil unser Vater König aller Könige ist. Bist du adoptiert? Ich hoffe schon. Adoptiert von Gott? Prinzessin? Bitte gerne unten schreiben. Das würde ich gerne hören. Bis zum nächsten Mal.